Wunderbar! Schlenzer ist ein Dorf nicht weit weg von Jüteburg. Als wir vor vier Jahren hierher gezogen sind, war Hedda Hopf die erste, die uns hier im Dorf in Empfang genommen hat und hat in ihrer offenen und freundlichen Art uns alles gezeigt, hat uns die Kirche aufgeschlossen. Und hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei ihr bedanken. Hier im Pfarrhaus ist Hedda zum Kaffeetrinken eingeladen, damit sie von der ganzen Aktion nichts mitbekommt. Ich bin gespannt, was sie jetzt zu der ganzen Sache sagt. Töckchen! Hallo! Das sind total nette Leute vom RBB. Die wollen sich mal gern unsere Kirche anschauen und haben ein paar Fragen an dich. Wäre schön, wenn du mal mit rüberkommen könntest. Nee, 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 das machst du schön. Das geht nicht anders. Nein, nein. Komm mal mit. Bitte. Ich bin gar nicht befugt. Doch! Wir gehen alle zusammen, aber du musst schon auch mit. Wollen wir denn Heddas Mantel? Ich muss den Mantel. So, dann komm mal. Es ist ein Rosenstrungen aus einer Rosenzart. Wir uns die alten Zungen von Jesses an die Art und hat ein Bühnlein bracht. Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Größtein, das ich meine, das von Jesses an die Art sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Macht. Aus Gottes in dem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns zielig macht. Das Blömelein so kleine, das duftet uns so süß. Mit seinen hellen Scheine verträgt sich dieser Miss. Wahr Mensch und wahrer Gott. Hilft uns aus allen Leiden. Rentet von Süd und Stroh. Wirklich schön. Alles toll, alles für dich. Oh, welche Überraschung. Wunderbar. 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 Wunderbar.